Effektive Schädlingsbekämpfung? Bei uns sind sie richtig. Insektenschutz Kerpen ist in Kerpen und Umgebung im Einsatz. Wir bekämpfen Ihre Schädlinge bei Ihnen zu Hause oder in Ihrem Gewerbe. Hierbei kümmern wir uns und entwickeln speziell auf den Anforderungen der jeweiligen Branchen ein Konzept, zum Vorbeugen aber auch Bekämpfen aller Schädlinge jeglicher Art. Westenbekämpfung, Schabenbekämpfung, Schad-Nager-Bekämpfung aber auch Tauben und Bettwanzen beseitigen wir im Handumdrehen.